Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Wir haben hier heute Mr. Gaby... Mr. Omadi. Hallo heute, bitte. Ein neues Video auf meinem Chat. Einfach meinen Kanal ab. Wir sagen erstmal... Es geht wechseln. Wer hat dieses Skyn hier reingemacht? Keine Ahnung. Wartet kurz. Das dauert kurz eine Unterbrechung. Sput mal an dieser Stelle sput man ein bisschen hoch. Diese Stelle wird ein bisschen lange dauern. Ich hätte das mal ranmachen. Nein, aber keine Lust auf mein Headset. Okay. Die Runde geht ab. Jetzt kommt der Hase. Und ich hoffe, das Video wird euch gefallen. Lasst erstmal lieber einen Daumen hoch. Kostenloses Abo. Link ist in der Beschreibung. Let's go. Okay, let's go. Mit diesem Fortnite spielen kannst du sehr gut. Das wird so weh. Okay. Wer mit mir Fortnite live spielt, lasst euch mal einen Daumen hoch, kommentar, kostenloses Abo. Link ist in der Beschreibung. Mein Name gibt's. Link ist in der Beschreibung. Was kann ich jetzt noch mal sagen? Geht's fast online. Wo sollen wir hin, sag mal. Lasst ein Abo da, wenn wir hier hin sollen. A. 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 Das tut so weh. Wann schätze ich geh jetzt zu der Stadt? Warum hast du überhaupt diese... keine Ahnung hier genommen? Skin Easter? Skin? Hezoin. Eie! Keiner von meinem Team hat ein Headset? Außer ich. Aber ich bin das Slangisch. Heuh. 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 My name is so hot. Heuh. Heuh. Ehre Mann, er lasst mir Bege hier, er lasst mir Bege hier, Ehre Mann, ich feier dich. Ja, alles klar, er lässt mir, welcher Volltrottel lässt mir. Oma, dann, dann misst du die Video und dann mich. Ja, aha, ist doch klar. Ich war früher so am PC-Spieler. Aber schon zu Playstation-Spieler geworden, weil PC, äh, da, da, da sieht das Bildschirm meistens mal ein bei mir. Außerdem benutze ich noch, äh, äh, ein Schöpfle, äh, ein Schöpfle, ein Schöpfle, ein Schöpfle. Ja, alles klar. Juuu. Ich kann das nicht mal halten. Gewissen weiter weg dann. Hm? Gewissen weiter weg. Ich muss gerade auf das, äh, auf die... Junge! Ist das... Oh, kannst du... Ich muss gerade auf die Camp gucken. Und deswegen. Weil, äh... Oh, was... Stimmt das halt da gerade nicht. Ey, was verpissen sie sich? Ey! Ehrenlose Aktionen. Ehrenlose Aktionen. Ehrenlose Aktionen. Er lässt sterben. Was machen sie da? Die Trottel? Ahah. Ahah. Nein, Herr. Was haben sie da 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 da... Ich bin schon nicht mehr. Ich bin schon nicht mehr. das ist so lecker die man kann nicht mehr halten ich habe mit einem ausgenommen einmal in meinem leben nein 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 was sind das sind nur die sterben mir sofort ich war ja so eine spieler gar nicht da kommt da von hinten du wenn ich das das ist so lecker